Guck mal wie groß ich bin. Große Frau. Hallo ihr Lieben. Schönen Sonntag wollte ich gerade sagen. Schönen Sonntag gefühlt. Wir haben heute hier das Baleares. Feiertag auf Mallorca. Heute ist Feiertag, der größte Balearenfeiertag und wir treffen uns gleich noch mit einem Freund hier in Portals Nauß. Genau, Porto Portals. Haben natürlich wieder die Kamera mitgenommen. Porto Portals, genau. Eigentlich wollten wir euch den neuen Hafen zeigen. Hier hat man hier viel verändert worden. Genau, das hinten ganz groß gebaut und das war am Weihnachtsmarkt auch schon fertig. Gerade wo wir hergefahren sind, haben wir gesehen, wir haben wieder viele Baustellen. Viele. Also es wird gerade noch viel umgebaut. Hier passiert, glaube ich, dieses Jahr noch ganz, ganz viel. Vielleicht, also wir wären nicht fertig zur Tourismus-Saison. Nein, also ich glaube auch, dass vielleicht im Juli fertig oder Ende des Jahres. Auf jeden Fall haben wir gerade gesehen, es sind wieder viele neue Baustellen. Wir nehmen euch gleich mit und genießt die Bilder. Sonne, ein bisschen windig heute. Ein bisschen Bode, folgt uns. Ja, folgt uns, drückt uns die Glocke, Daumen hoch, Kommentare abgeben, viel Spaß bei Angucken. Bis später. Viel Spaß. Adios. Ja, man sieht schon, es ist alles Baustelle hier. Sieht aus, als ob, keine Ahnung, wahrscheinlich werden neue Rohre verlegt, neue Kanäle. Ja, für was auch immer, dass das Wasser ist, keine Ahnung. Ja, es sieht von Durchmesser nach Wasser aus, auf jeden Fall. Ist er doch da, ja. Sieht nach Wasser aus. Und ja, der komplette Hafen wird modernisiert. Hier im Parking. Wir werden nachher mal gucken, wir werden auch nachher mal gucken, wie die Ecke ganz hinten ist, wenn wir am Ende sind vom Hafen. Da ist ja alles neu gebaut. Und der neue Teil vom Hafen ist ganz am Ende. Und wir dachten eigentlich, der Hafen ist jetzt mehr oder weniger schon fertig. Aber nein, ich glaube, die haben hinten fertig gemacht. Und jetzt machen sie irgendwie hier, glaube ich, weiter. Also die ganze Umbau dauert noch etwas. Aber das Schöne ist, es ist immer eine Frage, wie man die Kamera hält. Hältst du die Kamera so, siehst du gar nichts von der Baustelle. Machst du einen leichten Schwenk nach links, hast du eine Baustelle. Ja. Man könnte ja auch mit der Kamera einen Hafen zeigen, der keine Baustelle ist. Man muss sie noch nicht filmen. Wie überhaupt fotografieren. Wie im Fernsehen. Nur zeigen, was gezeigt werden soll. Oh, hier links ist auch zu. Da wollte man eigentlich, haben wir gerade noch gesprochen, aber ich weiß, trinken gehen. Oh, richtig, genau. Da saßen wir früher mal und haben Cocktails getrunken. Das ist ganz, ganz toll, da innen drin. Ehe mal geprüft, so eine Freiband. Sie sagen im Sommer immer toll aus. Ja, ist auch schön. Ja, ist auch schön. Also die sehen die total gerne. Na, renovieren sie das. Ich bin gerade richtig erschrocken mit dieser Baustelle. Ja, genau. Das kriegen die auch nicht fertig bis zum Sommer. Wenn du jetzt überlegst, das fängt die Saison an und da sind diese Parkplätze hier nicht. Offen oder nicht. Das sind einige Parkplätze hier weggefahren. Ja, absolut. Oh, da ist aber eh noch unheimlich viel zu. Guck mal, da ist gar kein Restaurant offen. Da hinten sind noch Läden zu. Ja, Wahnsinn. Da ist aber wirklich noch sehr, sehr viel zu. Ich denke, dass die dann Ostern erst aufmachen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich erst zu Ostern wieder volle Power losmachen. Ja, weil wie du sagst, haben wir gerade auch darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass die Baustelle jetzt aufmachen. Ich denke, Wasserrohre haben, ne? Ja, neue 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 Wasserrohre haben, ne? Ja. Gut, ist dann immer so eine Geschichte, muss irgendwann gemacht werden. Ja, achten. Ja, genau. Ungünstig dann halt für die Ladenbesitzer, ne? Ja, aber wann willst du das machen, ist immer ein schlechter Zeitpunkt, ne? Ostern fängt an, dann hast du dann wieder Weihnachten, beziehungsweise Sommer. Ja. Das ist immer. Deutschland sitzt manchmal vor den Wahlen und nach den Wahlen. Das ist immer schrecklich halt, du hast immer irgendeine Wahl. Ja, das stimmt, absolut. Du hast immer irgendeine Saison. Ja, das ist richtig. Ja, Guido, der gerade dabei ist, hat gerade festgestellt, es ist erstaunlich, wie man hier eigentlich, speziell in Portalsnaus, an den ganzen Pötten hier einfach vorbeilaufen kann. Also hier ist nichts irgendwie abgesperrt mit Security oder irgendwie. Sieht in Palma anders aus, in Palma kommst du in die meisten Häfen nicht rein. Ja, genau. Weil meistens hast du da vorne nicht direkt dran. Port Adriano kommst du auch dran. Port Adriano kommst du auch dran, hast du recht. Genau so, richtig. Ja. Und da stehen die richtig groß in Port Adriano. Richtig, genau. Richtig, genau. Der neue Hafen dann, ne? Ja. Das sind schon schöne Spielzeuge. Absolut. Das ist toll. Da musst du aber verdammt viel Spielgeld haben, um die fahren zu können. Einmal die Motoren anwerfen, so mit zweimal 2500 PS oder irgendwas. Da ist ein Monatsgehalt weg. Nur fürs Anlassen. Wahnsinn, ne? Boah. Ich find's da unvorstellbar, ne? Die Dimension, die man sich nicht vorstellen kann als Otto normal. Darum finde ich das auch immer. Gerade wenn wir hier sind und wir haben gegen Leute da, die noch nicht oft hier waren. Das ist für mich immer so ein Punkt hier hinzufahren, um das mal zu zeigen. Ja, guck auch mal dieses Ding, das da vorne steht. Ja, das kann auch. Genau. Das gehört meiner Putzfrau. Genau. Die wird sich doch wohlfühlen, ne? Das ist ein Wahnsinnsteil. Das wäre auch so mein, so grau, bisschen schwarz. Toll. Boah, riesig. Mega. Lang, lang, lang. Wie viel Meter wird das haben? Kannst ja mal ablaufen. Ja. Kannst ja mal ablaufen, genau. Keine Ahnung. Und ich kann jetzt eh nicht mehr laufen heute nach dem Lauf. So, ich geh mal nach hinten. Ich bin gerade gefragt, wie lang es ist. Ich hab keine Ahnung. Kann ich ganz bis zum Ende gehen? Das ist jetzt noch ein bisschen länger. Beeindruckend, ne? Ich hatte heute Morgen die Dim noch einmal getickert. Schön. Sandra, keine geschmutzten Dinge erzählen. Ich höre dich immer noch, das weißt du. Ach so. Ja, ja. Wir erzählen nichts schmutziges. Keine schmutzigen Sachen erzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jetzt kommt doch die Badeplattform. 35, 36, 37, 38. Plus die zwei Meter vorne, die über die Kiemauer sind. Wahrscheinlich an die 40 Meter. Wahnsinn. Auch schön, ne? Von den Farben her gefällt es mir unheimlich gut. Aber es geht ein Ding nach dem anderen in der Größe hier draußen. Ja, eine Rewe, klar. Und alle? Maletta? Ja, alle. Oder die meisten. Alles auf Malta. Malta, Malta, Malta. Alles auf Malta. Ja. Waren wir auch mal aus dem Süßen Insel. Wir auch zweimal. Ist ja steuerlich für die Bode am interessantesten Malta. Ja. Da haben sie dann wenigstens Steuern und so weiter. Auf die anderen darfst du, weil die haben kein Schild. Das ist richtig, genau. Ja, genau. Auf die anderen darfst du drauf? Auf die anderen darfst du drauf? Da steht drauf Private Yacht, no boarding. Bei den anderen ist kein Schild drin. Und sogar die Gangway unten. Guck mal, da können wir drauf gehen. Aber nicht mit Schuhen. Ja, das würde mich stören, wenn es so spiegelt. Da würde ich auch gegenlaufen. Und da drüben steht die Envy. Die dürfte dann noch etwas länger sein. Normalerweise stehen da drüben die Schiffe, die sollen sie anlegen können. Die wird noch etwas länger sein, die Envy. Müssen wir mal nachher Google befragen, wie lang die Envy ist. Wobei, was ich auch immer toll finde, sind diese großen Segelschiffe. Das ist natürlich auch, das finde ich sensationell. Und der ist riesengroß, ist nur ein Allmaster. Ja, finde ich persönlich sogar noch schöner, die Segler. Guck mal, da drüben sind die Boote, die auch du dir leisten kannst, Gitter. Ja, die leisten ja aber den Parkplatz nicht. Genau. Den Parkplatz hier definitiv nicht. Also gerade gegoogelt, sie ist 41 Meter lang. Also wahrscheinlich ungefähr so lang wie die vorher, die Envy. Wurde in den 90ern gebaut und 2017 bis 2020 nochmal komplett renoviert. Steht also dann wohl komplett neu da. Das ist also ein schönes Bäderchen eben, du. Wer auch hat. Ja, das ist mir noch ein bisschen zu frisch zu machen. Ich bin doch ein Weichei-Bader. Aber siehst du, wie schön klar es ist. Baden-Urwens. Herrlich. Verraten nur, wenn das Wetter richtig warm ist. Genauso wie Skifahren tue ich auch nur bei schönem Wetter. Schönwetter-Skifahren. Schönen Blick auf die Hafenbehörde von Portals, Naus, Porto Portals. Richtig klar ist das Wasser man gerade gesehen. Es schwimmt viel Hapa-Hapa rum. Leckerer Fisch. So, hier vorne geht es jetzt gleich mal reden. Ah, das Cappuccino wird auf, Schatzi. Die Umbauarbeiten sind fertig. Gerettet. Da dachte man, da können wir heute nicht reingehen, weil da renoviert wurde. Genau. Dann haben die wohl am 1. März aufgemacht. Ja. Das Ritzi hat auch geöffnet. Da waren wir noch nie drin. Nee, wir auch noch nie. Wir waren irgendwann einfach mal oben drin. Capuccino ist immer so unser Anlauf. Ja. Schön. Das ist auch sehr schön da, ne? Ja. Das ist auch sehr schön. Das Ritzi soll toll sein vom Essen, aber es ist halt auch preislich nicht unsere Preislage, wo wir essen gehen. Nee. Nee, stimmt ich auch noch nicht. Für jemanden, der eine spicy Jacht sucht, ist das hier das Richtige. Weiß aber gar nicht, ob man da auch drauf übernachten kann. Doch, die haben bestimmt keine Jüden unten, oder? Da sind keine Fenster. Nee. Nee, keine Fenster. Glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich ist das wirklich nur für den Tagestörn. Wir haben alle irgendwo zumindest ein kleines Loch. Und das da hinten, die sind ja auch geil, gell? Siehst du das da hinten, die Schwarze? Im Prinzip ein Schlauchboot. Das ist aber auch toll. Das ist aber toll, hä? Ja, weg ist er. Ein paar neue Geschäfte sind da, Schatzi. Welche neuen? Hier, Love Affair. Nee. Gibt's immer schon. Und Adenauer? Adenauer ist neu. Das ist neu hier, ja? Ja. Ist in Palma auch. Dass die jetzt hier sind, das wusste ich nicht. Diablito. Da waren wir öfter mal drin, ne? Ja, Diablito kann man mal ganz gut Nachos essen oder ganz gut Pizza essen. Chili con carne. Die haben, wie gesagt, so ein bisschen mexikanische, bisschen, ja, Nachos essen wir ganz gern drin. Die Pizza geht mal, die hat einen schönen nusprigen Boden. Chili con carne haben wir gegessen. Chili con carne haben wir gegessen. Das war lecker. Ja, guck mal, das Grüne ist auch geil. Es ist immer geil, wenn ein Boot raussticht von der Farbe aus dem anderen, oder? Stimmt, wie dein Motorrad früher. Wie mache ich das? Der alte quietschgelbe, äh, quietschgrüne Frosch. Die alte BMW, die 650er, die ganz alte. Die erste auf der Insel. Die Froschgrüne, mein erstes Motorrad, das ich hatte. Guck mal, auch doch sowas hier. Ja, ja, da ist unten irgendwie eine Kajüte. Schnittig, schnittig. Hm. Lucy Wangenstadt, sie ist, glaube ich, ein Sushi-Restaurant, oder? Richtig. Und gehört, glaube ich, auch zur Cappuccino-Gruppe, oder nicht? Ne, das war damals, wo wir in Österreich zum Skifahren waren, war das von dem Hotel Madeleine, glaube ich. Von Madeleine. Glaub, von dem... Ja. Wie heißt der noch? Ähm, Anton... Wie heißt der noch mal? Ja, weiß ich gerade auch nicht. Der ist Nassau Beach früher. Ja, ja, richtig, genau. Und ich glaube, das ist der Schwiegersohn. Der hat das in Österreich Hotel. Der vor Israel das Hotel hat, genau. Wow. Die Patrick. Ganz andere Farben Fische. Ah, ja, das sind andere Fische. Weiß ich, ob man es sieht. Ja, die kenne ich vom Tauchen. Die sind typisch auf Mallorca. Mhm. Die heißt auch immer, wenn du hier tauchen, gell? Ja. Und die hier, die Großen, sind immer mehr typisch im Hafen. Also die habe ich beim Tauchen draußen eigentlich noch nie gesehen. Sie ist ja immer eher am Hafen. Und wie gesagt, die anderen, die mit dem schwarzen Punkt hinten an der Schwanzglosse, die habe ich immer beim Tauchen gesehen. Da war gut wie Immobilien drin, wo du danach gefragt hast. Genau. Aber alles noch dekoriert. Und hier, Schatz, da ging es doch früher schon links ab, oder? Das heißt, hier war dann eigentlich ein paar Teile hinaus zu Ende. Ja. Das hier ist noch altes Gebäude hier. Ja, genau. Und eigentlich ging ursprünglich dann die Straße, genau, das ist jetzt auch für uns neu. Die Straße ging dann eigentlich, also mit den Autos bist du nicht abgebogen, dann bist du hier runtergefahren. Genau. Und dieser ist komplett neu. Ja, dieser komplette Teil hier jetzt, wo auch da wieder eine Tiefgarage drunter ist. Also Tiefgarage oder Parkhaus? Nein, es ist eine Tiefgarage drunter, soweit ich weiß. Auf der anderen Seite, glaube ich. Ja, wir können einfach mal hier rum und schalten uns einfach mal ran und gehen von der Mitte rein. Ja. Also der Teil hier ist komplett neu gebaut. Na, ich glaube, wir haben jetzt irgendwann angefangen kurz vor Corona irgendwie. Ich glaube, wir haben drei, vier Jahre gebaut. Haben dann natürlich auch irgendwie die Corona-Zeit durchgezogen. Und ja. Klamottenladen, den haben wir in Palma auch oft. Ein paar Stück frei. Den haben wir auch ganz oft in Palma. Farinelli, ja. Ups. Achtungsstufe. Hm? Ja, brutal. Beach von Podhais. Wollen wir den doch kurz anschauen von Podhais. Kennst du den schon? Ah, stimmt. Da sind wir früher. Genau. Das heißt, früher bist du nämlich gar nicht bis hier nach hinten gelaufen. Genau. Und jetzt geht das Gebäude komplett bis nach hinten. Nee, bist du nur mit dem Auto langgefahren? Richtig. Nee, schon weiter vorne. Schon vor dem Gebäude bist du rüber. Hier war schon Schranke und du musstest reinlaufen. Und hier konntest du schon. Ja, 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 ja. Da hinten an den Träsen. Aber das Lila Portals meinst du nicht, ne? Das Restaurant, wo die Deutschen rumgehen. Es gibt da oben das Lila Portals, das ist direkt oben am Klippen. Ja, ja, da war auch noch nie. Es gibt da hinten eins, wirklich fast unten am Meer. Ja. Da musst du hinten runterlaufen und dann ein paar Treppen runter. Oxy Beach, ne? Also das ist da oben irgendwo. Ja, genau. Das ist Lila. Das ist das Lila Portals. Ja, cool. Und hier parken zum Beispiel ging es früher nicht. Hier war früher. Stimmt. Da konntest du nur reinfahren mit Genehmigung. Und hier kannst du deine. Hier ist jetzt so eine kleine Segelschule. Da könnt ihr eure Kitties abgeben zum Segeln. Da oben ist es am Restaurant drin. Da war früher mal ein Restaurant drin. Dann war es draußen, jetzt ist wieder was drin. Hat aber wohl noch zu. Ja, und der Sonne ist schon schön heiß. Ja. Ja. Und hier, ja, schon ein bisschen was los. Beachvolleyball wird gespielt. Ist dann auch schon der Strand. Mhm. Von Perto Portals. Schön. Und, wie gesagt, ein Laden ist da oben an den Klippen. Meinst du auch, ne? Da vorne sein, da oben der. Einer ist da oben. Wo die Sonnenschirme sind, ne? Genau. Und einer ist wirklich. Ich bleib hier mit meinen Schuhen. Einer ist wirklich ganz da hinten. Denn hier ganz, also ganz, 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 ganz da hinten. Da ist einer. Der ist wirklich unten an den Klippen. Da musst du oben parken. Dann kannst du hier runterlaufen. Und hier ist eine kleine Insel, die du besuchen kannst. Da kannst du rausschwemmen. Dann kannst du in die Insel rüber schwemmen. Und das hier ist jetzt alles der neue Teil hier von Perto Portals. Genau. Hier ist die Tiefgarage. Hier geht es in die Tiefgarage runter. Das ist eigentlich gut, weil es gab immer echt Parkplatzprobleme in Portals. Ja. Wie viele sind denn da? Keine Ahnung. Aber das ist bestimmt hier komplett neu unterkellert worden. Ach so, man war neu. Kennen wir auch nicht. Und also sagen wir auf jeden Fall ist gut. Ich war noch nie unten. Ich weiß auch nicht, ob es zwei Etagen sind oder eine. Aber auf jeden Fall ist jeder Parkplatz in Portals eigentlich gut in Perto Portals, weil es echt zu wenige gab. Ja. Wie sagt man da durch, dass die Baustelle da hinten ist? Ah genau. Und da oben drin hat Sandra Reinführt. Genau, da sitzt ein Fitnesscenter drin. Ja, schön. Komplett, ja. Schön. Alles mit Technochimgeräten. Singular Fitness Perto Portals. Da gehen wir gerade in der Mitte Richtung Cappuccino. Mhm. Aber auch hier ist noch viel zu und viel frei. Mhm. Ja, beginnt erst, ich schätze, wirklich Ostern. Ja, mal gucken, ob dann an Ostern auch wieder wirklich alles auf hat. Ob alles wieder vermietet ist oder ob... Ja, aber guck mal, zum Beispiel hier rechts, die Klamottenmarke ist jetzt direkt erste Linie. Ach genau, das ist Farinelli, richtig. Ich denke mal, das werden einige machen, die sagen, ne, da bist du natürlich an der besseren Lage. Das ist Farinelli, die wir gerade vorne in der ersten Linie gesehen haben. Ja, richtig. Und die Läden hier hinten drin, wo was laufen, ist eigentlich schade. Die haben aber immer ein bisschen ein Problem, hier läuft keiner mehr durch. Oder, na, keiner mehr stimmt nicht. Viele nicht mehr, ja. Aber wenige. Ja. Die meisten laufen vorne beim Cappuccino rein, laufen parallel mehr entlang. Ja, gerne. Und hier hinten bist du immer so ein bisschen, ja, versteckt. Die Second Line halt, das ist halt überall so. Trotzdem machst du hier ein neues auf, La Crepia. Na gut, Restaurant geht immer. Restaurant geht immer. Ja, wenn es gut ist. Getrunken wird irgendwann. Ja. Da ist wieder leer. Hier geht neuer Immobilienmarkt, also nicht neuer, hier geht ein alter Immobilienmakler rein, der hier ein neues Büro aufmacht. Ja. Ja. Viel eher neuer. Das war aus dem Sommer in der schönen Schatten. Mhm. Und hier ist dann im Winter immer der Weihnachtsmarkt. Eigentlich der schönste Weihnachtsmarkt. Schön. Ja, ganz Mallorcas finden wir, ja. Wollte ich sagen, ich hab gesagt Palma? Ja. Nein, der schönste Weihnachtsmarkt Mallorcas, wollte ich sagen. Ja, sehr schön. Immer Kleinigkeiten zu essen, zu trinken. Ja. Haben unsere ja Follower auch schon gesehen, ne? Wir waren ja da. Stimmt, wir haben ein Video gemacht. Also ihr könnt gucken auf YouTube. Genau. Wir haben ja ein Video gemacht vom Weihnachtsmarkt. Und daher immer nochmal die Aufforderung, folgt uns und liked uns und gebt ruhig eure Kommentare ab, da freuen wir uns. Mich auch. Dich? Liken. Uns. Ja. Uns beide. Also heute uns drei. Ja. Und jetzt stehen wir hier vor dem Cappuccino, mit den beiden. Juhu. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwo einen Tisch finden. Guido macht schon Attacke. Guido hat schon einen. Guido hat schon einen. Guido geht schon vor. Und dann gehen wir uns hier Käfchen trinken und ein paar Pommes essen. Brrrr. Das war es von aus der sturmischen Mittelmeerküste. Portasen aus. Porto Portals. Wann lernen sie es endlich? Porto Portals. Porto Portals. Porto Portals. Wir waren ein bisschen was essen und trinken. Genau. Haben jetzt Guido verabschiedet und verabschieden uns auch von euch. Und hoffen ihr hattet Spaß und abonniert unseren Kanal. Folgt uns weiterhin. Bleibt uns gewogen. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.